Das ist er, der neue Audi TT. Wir setzen jetzt in der aktuellen Phase an zum Sprung an die Spitze. Wir wachsen in allen Weltregionen dieser Erde. Unter dem Strich werden wir in diesem Jahr 1,7 Millionen Autos an Kunden übergeben. Und wenn wir dieses Tempo fortschreiben in den nächsten Monaten, dann werden wir im Meilensteinjahr 2015 deutlich über unseren damals gesetzten Unternehmenszielen stehen. Das ist eine tolle Leistung. Wenn Leidenschaft und Perfektion sich vereinen, wenn revolutionäres Design auf überlegene Technik trifft, dann werden Legenden geboren. Bühne frei für den neuen TT. Sein Herz ist ein Hochleistungs-Vierzylinder mit 420 PS. Das ist ein Meilenstein im Automobildesign. Bezugreifen Cube überlegen. itolibator home. BundBhering ist ein 빨리 zurück. Saudita Mostly. Bisher zijn gefeiert. B physic Supreme Summer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist Audi, die Wings, die 24 Hours. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. And the winner is, it's Mexico. Musik Es ist der erste Lamborghini mit einer Plug-in-Hybrid-Lösung. Das ist eine wunderschöne Auszeichnung. Das hat die Mannschaft verdient. Musik Das hat die Mannschaft verdient. Musik Das hat die Mannschaft verdient. Das hat die Mannschaft verdient. Musik Das hat die Mannschaft verdient. Musik Das hat die Mannschaft verdient. Das hat die Mannschaft verdient.